Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen ankündigen zu dürfen, dass Guido Westerwelle am 27. Mai um 16 Uhr auf dem Rathausplatz Augsburg auftreten wird. Und mit ihm zusammen die Europaspitzenkandidatin von Deutschland, von der FDP, Dr. Silvana Koch-Merin, sowie Nadja Hirsch, die bayerische Spitzenkandidatin. Sie sind herzlich eingeladen, 27. Mai, Rathausplatz Augsburg, 16 Uhr.